In unendlichen Einkaufswelten unterwegs. Das Pocket-Heft der Stiftung Warentest gibt euch den ultimativen Überblick darüber, was ihr beim Einkaufen beachten müsst, egal ob ihr durch Geschäfte düst oder online auf Shopping-Tour geht. Los geht es mit den Basics. Was darf ich mit meinem Taschengeld machen? Wann schließe ich einen Kaufvertrag ab? Und wie sieht eine korrekte Rechnung aus? Wusstet ihr nämlich? Im Supermarkt kommt der Vertrag erst an der Kasse zustande. Deshalb Naschen verboten. Nur wer dafür gezahlt hat, darf den Schokoriegel verputzen. Im Internet einkaufen ist ein Kinderspiel. Doch es lauern Stolperfallen, die ihr kennen solltet. Schützt eure persönlichen Daten, nehmt euch in Acht vor Abos und blockt Werbung, die ihr euch verfolgt. Auch wichtig, Passwörter. Am sichersten sind sie in eurem Kopf. Passwörter sollten aus mehr als acht Zeichen bestehen, Sonderzeichen enthalten, nicht aus Namen, Telefonnummern oder dem Begriff Passwort bestehen und nur für einen Account verwendet werden. Ansonsten findet ihr im Pocket alles, was ihr über Internet-Shops wissen müsst. Super schlau, super klein, super geil. Das Pocket der Stiftung Warentest. Damit kann beim Einkaufen nicht mehr viel schief gehen. Das sind die Bedrohung. Sehr gerne. Tovahue